Hallo und herzlich willkommen zum Codcast, dem Call of Duty Podcast und herzlich willkommen wieder an Mebi aka Meberson. Grüße gehen raus, schön, dass du da bist. Moin, moin, moin Erik. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Wir haben es wieder geschafft. Letzte Woche ist ja ausgefallen. Tut uns leid, geht auf meine Kappe. Aber wir sind jetzt wieder da und es ist super viel passiert in der ganzen Cod-Community und ich würde mal sagen, Erik, ich hoffe, dir geht's gut. Wie läuft der Grind? Bist du gut in Season 1 gestartet? Oh, der Start von Season 1, erinnere mich nicht daran. Es ging ja Mittwoch los, um 18 Uhr ging die Server live für Plaisys, Plaisy-Besitzer, Night geht raus. Ich hatte ja PC, dann 19 Uhr Start ungefähr nach dem Download. Echt? War da ein Unterschied? Ja, also Playstation, also die Season startet der Preload, ne? Ja, genau. Also Xbox, PC ohne Preload, da muss er immer noch nicht. Je nachdem, also ... Das ist so belastend. Battle.net hat so ein Teil-Preload, super strange. Also die können dann so 18.30 Uhr vielleicht, je nach Internetleitung, ne? Aber ich für meine Internetleitung und PC dann so kurz vor sieben bin ich immer am Start, eine Stunde später. Aber das nach dem Vorteil ... Boah, das tut weh. Ja, 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 ja. Aber der Vorteil ist, dass die schlimmsten ... Also manchmal gibt's ja wirklich krasse Bugs in den ersten 30 Minuten. Ja. Also ich sag mal als Beispiel, ich weiß nicht, Season 5 oder so letztes Jahr, da waren plötzlich die Battlepass-Punkte weg, der ganze Fortschritt war weg und die Leute, die reingegangen sind, hatten nichts mehr. Und das haben's innerhalb von 20, 30 Minuten behoben. Und als ich dann reinging, so um 7 Uhr, alles easy, hatte alles, ne? Ja. Also manchmal denk ich so, okay, schade, dass ich erst zu spät reinkomme, aber auch krass, weil die Blasey-Leute teilweise so ins Feuer rennen auf einem Messer, weißt du, wie ich meine? Hab ich manchmal das Gefühl. Ja. Und diesmal war ja ganz besonders krass. Ich weiß nicht, ob's bei dir war, aber bei mir war's um 7 Uhr immer noch Katastrophe. Ich hatte einen Absturz nach dem nächsten. Es ging gar nichts. Boah. Ganz schlimm. Das ist sehr, sehr belastend. Schon in der Runde, oder hattest du, ähm, bist du überhaupt nicht in das Spiel gekommen? Doch, ich bin gut reingekommen. Ja, von einigen gehört, dass auch nicht reingekommen sind, irgendwelche komischen Fehler. Ja. Aber ich kam gut rein. Warteschlange oder so. Ja, aber dann immer, ähm, Serverabsturz, Spielabsturz. Während der Runde und alle Sachen verloren? Ja. Oh, okay. Ah, das ist ganz, das ist natürlich im Zombie-Modus ganz mies. Ja, also fünf Abschütze hatte ich. Dreimal alles verloren und zweimal hab ich alles behalten. Da hab ich das Spiel neu gestartet und hatte ich die Sachen wieder. Mhm. Äh, apropos neu, äh, die Sachen behalten. Also ich hab gehört, die wollen da auch was dran ändern oder wann, etwas dran patchen, dass wenn du einen Zeitüberschreitungsfehler bekommst, dass du deine Items behältst. Aber jetzt ist es natürlich noch nicht passiert, aber das würde dem Ganzen auf jeden Fall weiterhelfen, ne? Mhm. Also ich kann, ich kann von mir sprechen, auf, auf der Playsee hab ich überhaupt keine Probleme mit Disconnects. Ich hatte heute, ähm, nur einmal die, heute, den, das erste Mal seit der neuen Season hatte ich ein, ähm, naja, ich bin rausgeflogen. Das war Playstation-Error. Und das war aber vor dem Bosskampf, vor dem Etterwurm-Bosskampf. Das tat richtig weh. Nachdem du auch, äh, lange Sachen gesammelt hast und so in der Runde. Ja, ich hab, äh, ich hab die, also es war im Prinzip, die 45 Minuten waren rum und ich bin gerade los zu dem, ähm, zu dem Bosskampf. Äh, kann ich ja später nochmal drauf eingehen, wie dieser Bosskampf aussieht. Und, äh, ja, dann, äh, ich hatte alles. Pack-A-Punch 3, Dreier-Weste, lange, langlebige Gasmaske. Ich hatte die Wunderwaffe, die DG2 auf, Pack-A-Punch 3, alles, alles. Hast du die mit reingenommen? Man hat sechs Leute. Also war das dein Waffen-Bauplan oder hast du die gefunden? Ähm, ne, die hatte ich, die, ich hab den Waffenkoffer davon, ähm, durch die Story bekommt man den ja. Also kein Cooldown wenigstens, aber trotzdem, ja. Nee, also das ist gar kein Problem, aber es war eher das Problem, dass man jetzt diesen Bosskampf, man hat eine Stunde fast, äh, dafür gearbeitet und dann fliegst du raus. Aber ich glaub, davon können alle Leute ein Mietzigen und ich bin eigentlich noch verschont, also wenn ich jetzt von dir höre, du hattest fünf, äh, Server-Crashes oder Abstürze. Das war wirklich krass. Ich hatte ja auch immer legendäre Items dabei, weißt du, dass ich meine Waffen sofort für den Wurm, äh, bereit habe und ich hab ja wirklich alles verloren in den Runden, ne? Es tat schon weh, ja. Ich hab schon gelitten. Wie ist bei dir eigentlich die aktuelle Phase? Wie weit bist du mit der Story? Also hast du Akt 3 eigentlich schon durch? Und wie weit bist du mit dem neuen Content? Das würde mich mal interessieren, wie viel du da schon gemacht hast. Ja, so die ersten drei Akte hab ich komplett durch, also das hab ich alles solo hinbekommen. Dann dachte ich schon, äh, deswegen hat's aber auch so lange gedauert, wobei man sagen muss, hat genau bis Season 1 eigentlich, äh, Start gedauert. Ja. Das war eigentlich ganz witzig. Ja. Und dann Season 1, ähm, ja, ich bin direkt in den, in Akt 4 rein und da hab ich mir schon so gedacht, oh, äh, dürfte ich da überhaupt schon so rein? Weißt du, das war ein bisschen komisch, weil einige haben gesagt, das ist ein Bug, da kommen noch Story-Elemente. Aber es gaben gar keine weiteren Elemente. Bis heute ist nur diese eine Mission drin, ne? Und das hab ich dann, äh, versucht, aber es ging ja nicht, weil's immer abgestürzt ist an dem Tag. Und heute hab ich dann sozusagen, oder gestern hab ich dann den, äh, Boss gelegt in Akt 4. Auch solo. Aber es hat halt auch gedauert. Hast du den, äh, First Try gelegt? Nee, also ich hab fünfmal bin ich ja am Mittwoch rein und jetzt bin ich noch zweimal reingegangen. Äh, aber kein Absturz, Gott sei Dank. Okay, aber hattest du bei den ersten Malen, wo du reingegangen bist, hast du den direkt, äh, hattest du gegen den dann direkt gekämpft und wurdest auch von dem so überrascht und komplett hochgenommen? Ja, das erste Mal war eine richtige Überraschung. Ich wusste ja nicht, dass ein Wurm kommt, ne? Und plötzlich so ein Riesenwurm und auch neue Mechaniken am Start mit dem Fressen und Ausspucken. Das war schon krass, ja, aber, ähm. Das war, ja, mich hat der auch komplett hochgenommen. Bei mir war sogar das erste Mal das Ganze verbuggt. Der hatte mich einmal gekillt. Ich war sehr lange im Self-Rest und hab gewartet. Ähm, warum auch immer, weil ich ihm mit der Raygun ein bisschen Schaden mache. Im Liegen. Also, wenn du im Liegen kannst ja noch mit der Raygun schießen. Und, äh, ja, dann ist er einfach weg, weg. Der ist einfach wegge... äh, hat sich einfach weggebuddelt und war dann full live. Und dann kam er nie wieder und dann konnte ich nie Exfilmen und dann bin ich gerippt. Das war auch so schlimm. Ja, das war meine erste Erfahrung mit dem. Oh, dieses Vollheilen, ne? Dass er sich so schnell heilt und, oh, das ist wirklich... Aber ich find's richtig geil. Einerseits natürlich geil, dass dieser Bosskampf jetzt kam und so überraschend war und auch ein bisschen anspruchsvoller war. Ne? Wenn man vor allem nicht wusste, wie, wie, wie diese neuen Mechaniken sind und wo man sich platzieren sollte. Ne? Jetzt mittlerweile hat man ja raus, wie man den besiegen kann. Hast ja heute ein Video, äh, zugemacht. Ähm, und, äh, dann ist es auf jeden Fall einfacher, würde ich sagen. Kann ich direkt was, äh, kurz, ganz kurz, weil du sagst mal Mechaniken. Da meinst du diese Balkonmechanik, wo man auf das Geländer muss. Also, es gibt so eine Methode, wo man auf das Geländer hoch kann, an der Burg. Und da wird man angeblich nicht getroffen von den, äh, Kugeln. Äh, der Boss greift dich da nicht an, nur Zombies muss ab und zu töten. Okay. Das hab ich heute versucht, aber es ging nicht. Ich hab dann in der Runde abgebrochen, hab dann normal weitergemacht. Aber vielleicht hab ich was falsch gemacht. Vielleicht haben die es ja gehotfixed. Vermutlich mal. Also schon gepatcht. Äh, nee, also ich glaub nur, dass es halt so ne, so ne Hütte gibt, wo man relativ gut, äh, Schutz hat vor, vor dem Wurm an sich. Aber halt vor den Kugeln nicht und vor den Zombies. Aber das hilft ja schon, ne? Weil der Wurm macht halt am meisten Damage und vor allem, weil man nicht so viele Platten hat. Äh, und wenn du dann keine, keine Platten hast, dann, äh, bist du halt superschnell One-Hit. Und vor allem, wenn er dich frisst, äh, ganz wichtig, Fallschirme aktivieren, sonst ist Feierabend. Ähm, ist mir dann am Anfang direkt sehr oft passiert. Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist mit dem Fallschirm. Ähm, ob das, äh, ein Fehler ist, warum, aber das hat mich auf jeden Fall schon oft gerettet vor dem Wurm. Wie ist denn das mit dem Fallschirm? Also man sagt ja, ähm, also er nimmt dich ja ins Maul und spuckt dich auf den Boden und dann bist du genockt sozusagen. Tot. Ähm, man sagt, das automatische Fallschirm aktivieren hält, hält das, hält dich davon ab zu sterben in dem Moment. Man soll den Fallschirm, die Automatik einschalten. Äh, oder, oder halt Fallschirm spammen. Aber das scheint nicht immer zu gehen. Also, ich mach, also Fallschirm Spam hat immer funktioniert. Ich glaub, automatischen Fallschirmen auch. Äh, aber heute hab ich ja den anderen, den roten Ätherwurm, äh, gegen den gekämpft. Und da hat das nicht, wobei, doch, das hat funktioniert. Doch, das hat funktioniert. Also, die Automatik oder das Spammen? Äh, nee, ich hab, ähm, mit Spammen, also automatisch hab ich das nicht. Aber doch, es hat noch funktioniert. Also, das, so kann man sich dem auf jeden Fall widersetzen, verspeist zu werden. Ja. Also, ganz wichtig, wenn man da im Maul ist, ne, Spammen, 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 Fallschirm. Und am besten noch die Fallschirmautomatik anhaben, weil man nicht so einen blöden Tod stirbt, wenn er einen ausspuckt, ne. Aber so auf den Boden spuckt, so. Was da passieren kann, wenn du schon in seinem Maul down gehst und der dich dann runterfallen lässt, kannst du komplett wiped sein. Oh, ja, krass. Und das, dann können dich auch keine Teammates mehr, äh, holen, wenn du halt im, während du knock bist, nochmal down gehst durch Fallschaden, dann bist du komplett wiped. Krass. Äh, das ist vielleicht auch mal, sollte man auch mal erwähnen. Aber noch was anderes zu Akt 4, wie, 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 wie bist du, warst du überrascht, als da nur eine Mission stand bei Akt 4? Also, zuerst nicht, weil, äh, ich war ja live zu dem Zeitpunkt, da haben die Leute alle gesagt, ne, das ist ein Bug. Passt schon. Und ich so, ah, okay. Dann ist es nur ein Bug, ne. Aber jetzt haben wir schon, äh, fünf Tage nach Season Start und es ist immer noch nur eine Mission. Und da bin ich jetzt, äh, traurig drüber, muss ich sagen. Weil das scheint so zu sein. Muss ich auch sagen. Also, man muss natürlich sagen, wir haben jetzt einen komplett neuen Bereich, äh, wir haben komplett neue Quests sozusagen, beziehungsweise, ich würde sogar schon sagen, dass wir Easter Eggs haben. Wir haben, äh, einmal das, äh, Rift Easter Egg. Ähm, dann haben wir den, ähm, Äther Wurm Boss Fight Easter Egg. Aber Rift, achso, achso, ja, ja, okay. Auf der Overworld. Also, Rift meinst du das Aktivieren der dunklen, äh, Rift Easter Egg. Genau, genau, weil du, du musst, du musst ja erst mal diese vier Objekte sammeln. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Ne, das wäre jetzt das nächste, weil ich ja erst, ich muss dir ja vorher den Bus killen. Oder? Und dann hast du das goldene Tagebuch, stimmt. Genau, genau, genau. Ja, genau, genau, wegen dem Tagebuch, genau, genau. Und vorher konnte ich ja noch nichts anderes machen. Und ich glaube auch, ich hab's nicht probiert, aber ich glaube auch, das Holen der anderen Items geht vorher, glaub ich, gar nicht. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Also, das zum Beispiel mit, was ich, äh, was ist das, mit, ähm, mit dem Blitz die Kugel abschießen, dass die dann golden wird. Ja, die Kugel, ja. Ich weiß gar nicht, ob das geht, bevor du Akt 4, ja. Hätte ich auch testen müssen, hab ich gar nicht dran gedacht. Hä, aber jetzt ist ja, im Endeffekt ist es ja egal, jetzt kannst du's machen. Und ich finde, das ersetzt so ein bisschen die Mission. Und es ist ja eher, und es ist eigentlich cool, dass das wie so ein Easter Egg, äh, oder am Anfang war's ja wirklich ein Easter Egg Hunt. Also, die Spieler, äh, die ganzen großen, ähm, amerikanischen Content Creator waren live, haben herausgefunden. Die haben so irgendwie was gedroppt, äh, also, es war wirklich wie ein Easter Egg Hunt, wie in Cold War damals, wie selbst in Vanguard. Und das fand ich extrem, extrem geil, dass man in diesem Spiel so ein Easter Egg Hunt hatte. Ich hab das auch so ein bisschen gemacht, aber wir haben halt, äh, ja, auch nur diese Information. Wir waren, äh, einfach nur die Information, die wir schon hatten, einfach umgesetzt. Wir haben jetzt nix neu entdecken können, leider. Aber ich fand das schon extrem, extrem cool. Und, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, äh, zeigt es uns, in welche Richtung es gehen kann in Zukunft. Nur, äh, schade, dass halt Akt 4 kaum noch Missionen hat. Vielleicht werden da noch Missionen hinzugefügt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass irgendwelche Missionen dann in Dunkeläther Rift vielleicht noch kommen, in Season 1. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist ja, darauf basiert ja, ähm, der Akt 4. Das wäre eigentlich cool. Aber es wäre auch cool gewesen, würden sie das zum Start von Season 1 irgendwie noch reinbringen. Ähm, diese Akt 4 Missionen, irgendwie, dass da noch mehr wären. Ähm, aber dennoch bin ich an sich sehr, sehr zufrieden mit der neuen Season, weil man hat richtig viel zu tun gehabt. Und es gab richtig viele Aufgaben. Ich weiß nicht, wie, wie, wie bist du zufrieden mit dem Content von Season 1? Ja, du sagst ja schon, zu tun gehabt, ne? Also, ich finde den Content auch super. Wir haben, äh, diese Mission Akt 4, dann die beiden Easter Eggs. Äh, und die dauern ja auch die Easter Eggs, ne? Also, das zweite zumindest, äh, das müssen wir mehrmals machen. Aber, ähm, jetzt angenommen, du hast die beiden Easter Eggs komplett durch. Und du hast Akt 4 durch. Und ich wette mit dir, du hast sie durch. Ich kenn dich. Also, ich habe, ich kann dir sagen, ich habe alle neun Baupläne. Ich hab, also, die drei aus, die drei Geheimbaupläne hab ich. Die bekommt man ja durch das Dark Aether Easter Egg. Ja. Ähm, dann habe ich die drei Baupläne, die man bei dem, äh, Easter Egg Wormfight bekommt. Also, der Easter Egg Wormfight ist im Prinzip, ähm, der Äther Wormfight im Äthersturm, von dem man am Anfang des Spiels schon Leaks gehört hatte. Man dachte nämlich, dass das dieser harte, äh, Easter Egg, äh, Bosskampf ist. Äh, und dann hatte man ja in der Story dann diesen richtig Lone-Boss-Fight. Ähm, diesen haben wir jetzt, diesen extrem harten. Und, ähm, da hab ich auch, äh, den haben wir auch nur hinbekommen mit sechs Spielern. Also, es war schon extrem krass. Und bei dem bekommst du halt die neun goldenen Baupläne, also die, äh, die Dreier-Pecke-Punch-Kristalle, das legendäre Äther-Tool und dann die Versengen- oder Scorcher-Wunderwaffe, äh, den Waffenkoffer-Bauplan. Äh, die hab ich jetzt alle. Also, ich hab alle neun sechs, äh, Baupläne. Mir fehlen, glaub ich, nur noch die Perks an Bauplänen. Und, ja, jetzt... Die ersten Sachen noch. Ja, die... Die kannst du jetzt ganz gewöhnlich machen. Sondern die Zone, die Zone-Drei-Perks fehlen. Okay, okay, okay. Und dann krieg ich die nicht gedroppt. Also, äh, Grabstein, PhD und, 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 äh, Elementarlimo. Aber jetzt mit dem Season-1-Content bin ich ja dann tatsächlich schon durch. Genau. Stimmt. Darauf wollte ich genau. Es sind drei Tage rum. Du hast es, du hast es. Also, du hast es durch, ja. Erstmal DG's dazu, super, super geil. Das ist auf jeden Fall ne Leistung, ne? Also... Mit der Community hab ich das geschafft. Das war Grüße gehen raus an Meta80. Und, äh, Gordon und Cyjack. Mit denen hab ich das Ganze gemacht. Und natürlich dann mit der Community. Und es war sehr, sehr geil. Aber, Erik, ich kann dir sagen, wenn du das Solo, wenn du das Solo schaffst, dann zieh ich sowas von den Hut vor dir. Ja. Also, wirklich. Jetzt ist ja... Ich werd's noch versuchen. Das Ding ist jetzt, wir haben ja noch fünf Wochen bis zum Mit-Season. Hm. Also, theoretisch... Du hast ja ein Ziel. Hab ich fünf Wochen Zeit, ne? Auch wenn mich das fertig machen wird, wahrscheinlich. Aber die Frage ist, was anderes ist ja momentan aber auch nicht zu tun. Also, wenn ich das jetzt zum Beispiel in Team machen würde und abschließen würde, mir alles holen würde, dem wär ich ja auch durch. Und das macht mir halt so ein bisschen Gedanken, ähm, dass man tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen, also theoretisch, wenn du's super hardcore gemacht hast, hättest du ja schon zwei Tage nach Season 1 Start alles beenden können. Und dann hättest du den Content von Season 1 durchgehabt. Ja. Ähm, klar, kommt das Kramo-Grinden wieder dazu und so weiter, ne? Aber so der reine Content wär dann durch gewesen. Ähm, da hab ich schon gehofft, dass sie mehr bringen und ich frage mich, wie viel kommt jetzt in der Mid-Season 1? Wobei, da wird's halt fünf Wochen warten müssen, ne? Wie war das nochmal in DMZ? Also, ich kann mich erinnern, also, ich hab zwar nicht super, super viel DMZ gespielt, ich hab mal Phasen gehabt, wo ich richtig viel gespielt hab, aber ich hatte da immer das Gefühl, es gab immer was zu tun. Und es gab halt so Aufgaben, die hast du einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt einfach eher ein Zombie-Grinder bin als ein DMZ-Grinder und ich deswegen diese Sachen halt im DMZ mir ein bisschen schwieriger gefallen sind und ich da länger dran gehalten hab. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass DMZ halt die Aufgaben an sich schwieriger waren und länger gedauert haben auch. Weil du halt diesen Faktor hast, dass noch Spieler dich dabei killen können und dass teilweise diese Aufgaben über mehrere Runden gingen, ne? Und das ist ja im Zombie-Modus leider nicht so, ne? Die waren so langfristig. Dass du das exkultieren musst. Die waren so langfristig angesetzt. Ja, du musst teilweise für eine Aufgabe in drei Bereiche oder so gehen. Gab's auch, genau. Oder ein Beispiel, du hast mir damals, glaube ich, in Folge 1 oder 2 erzählt, dass du oder ein Kollege von dir eine Grafikkarte gefunden hast, ne? In DMZ. Genau, bei DMZ ist ja eine Aufgabe gewesen, zum Beispiel gibt's mehrere Aufgaben mit Grafikkarten, die waren ja auch selten, äh, suche, finde fünf Grafikkarten und gebe sie ab. Oder, äh, finde eine Grafikkarte und einen Goldbarren zum Beispiel und wandle das um in einen Pipapo, ne? Ja, stimmt. Ja, und das sind halt, dadurch, dass das schon relativ seltene Items sind und wie du sagst, dadurch, dass noch die Gefahr Spieler dazu kommt, da findest du eine Grafikkarte und dann killt dich jemand, du bist tot. Und er nimmt dir die Grafikkarte weg, weil du ja gelootet werden kannst. Dadurch ist halt das Ganze nochmal langwieriger. Und, dann kommt noch dazu, dass er geweibt wurde, also alle paar Monate wurde ja der ganze Fortschritt auch noch zurückgesetzt, dann durftest du wieder die fünf Grafikkarten suchen. Und deswegen, es ist ein sehr, sehr langer, und dann kamen wieder neue Aufgaben dazu, dann kam noch eine Aufgabe, eine zweite, such nochmal zehn Grafikkarten für das und das, ne? Und das waren auch coole Belohnungen, da hast du, was weiß ich, größeren Stash gehabt oder größeren, was weiß ich, ne? Weniger Cooldown auf das und das. Und deswegen waren das schon sehr, sehr sinnvolle Sachen, die aber sehr, sehr gedauert haben und du konntest auch nicht alles unbedingt so gezielt machen, sondern es kam so nebenbei mit. Du musst halt viel spielen, viel Zeit investieren. Dadurch hast du so eine ganz langfristige Ziel gehabt. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass das in der MBZ auch kommt. Auf der anderen Seite... Das muss eigentlich kommen. Wir sind jetzt schon Season 1, 2, ja. Die müssten das langsam bringen, sag ich mal. Also, Season 2 wäre schon gut, wenn sie dann solche Grind-Emissionen bringen, die dann... Weil das sind ja sehr langfristige Sachen und wir dürfen nicht vergessen, MBZ wird da nicht zurückgesetzt. Das wird ja wahrscheinlich... Hoffentlich nicht. Nein, wird's wahrscheinlich nicht, ne? Weil das ist ja auch ein... Du hast ja bezahlt für das Spiel, da würden sich die Spieler noch mehr drüber aufregen, als jetzt bei DMZ, wo es eine Beta ist. Ja, stimmt. Ich glaub, der MBZ-Modus ist ja auch eher so ausgelegt, dass das halt so langwierig ist, dass du dir alles ergrindest und wenn du das hast, dann hast du das. Also, das wäre ja auch schlimm, wenn man das dann alles verlieren würde. Aber ja, wie du schon sagst, diese Sachen mit den GPUs, irgendwelche Items sammeln oder sowas, sowas fehlt auf jeden Fall, wird aber eigentlich sehr... Also, wird sehr wahrscheinlich kommen. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie es nicht reinbringen. Und dann könnte das das Spiel nochmal ein bisschen grindier machen. Aber aktuell, klar, hab ich jetzt zum Beispiel alles durch. Ich bin aber nicht der Durchschnittspieler. Ich bin natürlich jemand, der halt schnell alles effizient grinden will, ne? Und halt auch alles immer sofort mache. Ähm, aber ja, es ging schon relativ schnell, ne? Also, ich brauch zwar noch die Borealis-Tarnung. Ich hab jetzt noch nicht mal vier Tage Spielzeit im Zombie-Modus. Aber ich denke, für die meisten Leute reicht der Content. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also... Ich glaube, ich seh das so. Ich seh das genauso wie du. Für die meisten Spieler reicht der Content. Aber für viele Content-Creator, Streamer, YouTuber und so weiter, da wird's, glaub ich, sehr dünn. Und das ist ja auch wichtig, glaub ich, für das Spiel, dass sie da Content bringen, dass man gemeinsam zocken kann und so. Oder zugucken kann. Ja. Man kann mir schon vorstellen, dass bei einigen dann, äh, einige dann sagen, okay, ne, ich bin durch, äh, ich muss was anderes machen. Und dann, ja, ist ja auch okay, Battle Royale oder, äh, Multiplayer oder was weiß ich was machen oder was ganz anderes, ne? Ja. Aber die sind halt recht schnell durch, so. Da braucht man auf jeden Fall langfristig etwas, was man in dem Zombie-Modus noch zusätzlich zu den Tarnungen grinden kann. Weil die Tarnungen, klar, sind cool, machen Spaß. Aber, äh, es fehlt da noch irgendwas, was man noch zusätzlich, irgendwas fehlt da noch, ne? Also, das sind im Prinzip diese Erweiterungen, diese Upgrades. Ähm, ich find's schon cool, dass die Baupläne gibt, dass man die grinden kann. Aber wenn du die einmal hast, dann hast du die einmal. Und meistens ist das hier ein, ja, äh, es ist ja so ein bisschen random, wann du die bekommst. Aber wenn du jetzt irgendwie eine gewisse Anzahl von irgendwelchen Items sammelst, äh, wär das, glaub ich, auch cool für irgendwelche Upgrades. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die das bringen für die Upgrades. Wäre absolut sinnvoll. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, in einem Blogpost wurde ja der dunkle Äther bezeichnet als Endgame-Content. Also, korrigier mich, aber ich meine, das Wort Endgame stand da. Oder Lategame, Lategame, Endgame. Endgame, ja. Ich meine, Endgame stand da, ne? Äh, das heißt, es ist angesetzt als eine Mechanik, die sozusagen Spiele, die alles geschafft haben, eine neue Herausforderung geben und eigentlich dann langfristigen Content geben sollen. Das ist ja aber jetzt leider nicht der Fall. Man hat's schnell durch, ne? Deswegen könnte ich mir vorstellen, wie du sagst, dass vielleicht in diese dunklen Äther-Rifte auch nochmal Dinge reinkommen, neue Aufgaben oder irgendwas. Oder sie haben es nicht verschätzt, dass sie gedacht haben, die Spieler brauchen viel, viel länger für diese ganzen Sachen. Schwer zu sagen, ne? Also, ich denke, der Durchschnittsspieler, der wird da echt lange zu knabbern haben an diesen Aufgaben, ne? Also, das ist jetzt wirklich das, was ich da, vor allem, wenn du das nicht in einem Sechser-Team machst, in einem Dreier-Team durch diesen Dunkel-Äther zu gehen. Ich bin da mit zwei sehr, sehr erfahrenen Spieler reingegangen. Wir waren full-equipped und wir hatten den Eskortieren-Auftrag. Das war der schwierigste, den ich jemals gemacht habe. Wir hatten bei einem Prozent, haben wir den Auftrag abgeschlossen. Wir waren am Ende noch am Boden. Jack hat noch die Täuschgranate geworfen im letzten Moment. Diese Täuschgranate war spielentscheidend. Jeder Wurf, jeder Kill, alles war spielentscheidend. Und das ist schon extrem, extrem schwierig. Vor allem, wenn du die neuen Items noch nicht hast. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, was die neuen Items machen. Also, einmal die goldene Plattenweste plus diese Dunkel-Äther-Klinge. Das sind so essentielle Items, die das Spiel so viel einfacher machen. Aber wenn du die nicht hast und in diesen Rift gehst oder diesen Boss-Kampf machst mit dem Wurm, dann ist es schon sehr, sehr, sehr schwierig. Weil du einfach so Plattenprobleme hast, aber so viel Damage kassierst und gleichzeitig so wenig Damage machst. Also, eigentlich ist dieser Äther für sechs Leute ausgelegt. Und mit drei Leuten, da musst du schon komplett gut dabei sein. Und sonst wird das schwierig. Und die meisten Leute spielen ja so Solo. Und da bin ich mal gespannt, wie du da Solo in dem Dunkel-Äther abgehst. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du das schon schaffen kannst. Nur beim Eskortieren-Auftrag, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich hab das noch nie probiert, Solo-Eskortieren. Bin gespannt. Aber das erinnert mich an unsere Umfrage damals. War das nicht 41 Prozent Solo-Spieler? Irgendwie sowas? Um die 40, ne? Über 40 auf jeden Fall. Ja, doch, doch. 40 bis 50 Prozent. Also, knapp die Hälfte spielt Solo. Genau. Das ist schon ... Die werden leiden. Und ich hab da auch schon einige Feedbacks gesehen. Ja, damit ist es jetzt für Solos alles ganz unmöglich. Ich bin raus und solche Geschichten. Also, dadurch, dass halt viele klassisch aus Zombie auch Solo spielen, ne? Ja. Die müssen sich auch umgewöhnen. Und es geht ja auch viel. Und ich glaube, es wird auch noch mehr gehen, wenn Sachen noch herausgefunden werden. Wer findet eine die und die Waffe, mit dem der rote Wurm dann wiederum besser geht? Oder dann den Trick für den dunklen Äther, weißt du? Ich glaub schon, dass noch ein paar Sachen kommen werden. Also, ich hoffe. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie noch mehr auf Solospieler gehen. Vielleicht wird irgendwie so eine Art Modi oder irgendwas für Solospieler noch kommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht diese Art von Rifts noch auf anderen Maps bekommen. Was denkst du dazu? Ja, da können wir mal unseren Leak der Woche raushauen, würd ich sagen. Leak of the Week, meinst du etwa? Genau. Ja. Also, beim Leak of the Week hab ich auf jeden Fall für mich, was mir halt am größten aufgefallen ist in der ganzen, sag ich jetzt mal, Twitter-COD-Community, was natürlich überall rumkursiert wurde. Verdansk kommt zurück zu Warzone. Und auf der gleichen Linie hab ich mir vorgestellt, was ist mit Verdansk-Zombies? Was kann das passieren? Kann das koexistieren? Denn gleichzeitig, äh, es soll ja zu Warzone kommen, aber Warzone ist ja nicht direkt MW3, es ist aktuell MW3. Aber im nächsten Jahr kommt ja ein neues Call of Duty. Ich nenn es jetzt mal Black Ops 6. Und da wird's ja dann auch wieder in Warzone geben. Und dafür soll dann Verdansk sein. Äh, die Frage, die sich jetzt hier stellt ist, ist es dann überhaupt möglich, dass wir vielleicht einen Verdansk-Zombie-Modus bekommen, weil entweder könnte es ja zu Modern Warfare-Zombies, ähm, noch dazu gehen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder es könnte sein, dass wir in dem Bio 6 auch eine Art DMZ-Zombies bekommen könnten, neben dem rundenbasierten, da diese Warzone-Map existiert, da dieser Modus existiert und da diese Mechaniken existieren. Und ich mir vorstellen kann, dass die das relativ schnell da integrieren können. Das, äh, ist so, also das hab ich jetzt alles aus diesem League, der, der sehr wahrscheinlich wahr wird, ne? Also, dass Verdansk, äh, dass Verdansk nochmal zurückkommt, sind wir uns eigentlich einig, oder? Ja, das 100, also nicht 100 Prozent, aber ja. Das, das wird so aussehen, ja. Aber mit DMZ, das, äh, uff. Das wird so, das wird so schwierig. Das wäre aber absolut klasse, ne? Und das würde auch bedeuten, dass DMZ, also MWZ, noch ein Jahr lang dann existiert. Und wenn man es dann noch weiter spinnt, ein Jahr weiter, ein Jahr später, ist ja dann Infinity-Wort wieder an der Reihe, oder? Mit ihrem COD? Ist ja der Dreijahresrhythmus, ne? Oder vier Jahre? Drei Jahre. Oh, ja, 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 oh Gott. Also, sagen wir mal, nach Treyarch ist dann, äh, Treyarch, ist dann Infinity-Wort dran. Und dann, äh, würde sozusagen die MWZ, BO6, MWZ, wie auch immer das dann heißt, zu Ende gehen. Und dann könnte rein theoretisch, weil sie gesagt haben, sie arbeiten an neuen Projekten, ein neues DMZ kommen. Also, wenn diese Schiene weitergefahren wird, ne? Könnte alles sein. Ja, da, zu dem Thema nochmal. Wir haben ja letzte Woche keinen Podcast gemacht, aber da war halt ein Thema ganz groß. Ne, das hast du ja auch schon mal, äh, thematisiert. Du weißt, glaub ich, worauf ich hinaus will. Die DMZ und der Vibe? Äh, ja, also generell DMZ, dass DMZ jetzt nicht missupported wird? Ja, stimmt, da hatten wir noch gar nicht drüber sprechen können, ne? Stimmt. Ja, 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 da hatten wir, also, ja, genau. Also, ganz kurz zusammengefasst, die traurige Wahrheit ist, dass die ganzen Leaks bestätigt wurden, dass diese Gerüchte, dass die DMZ nicht weiterentwickelt wird, auch offiziell bestätigt wurden. Es gab nochmal einen offiziellen Post dazu, äh, dass eben kein Übernahme erfolgt. Wir sehen das jetzt auch, aber sie sind noch einen Schritt weitergegangen sozusagen, viele haben das auch erwartet, aber für einige war es auch eine große Überraschung, dass du, wenn du jetzt Sachen im Shop kaufst, die nicht in der DMZ benutzen kannst, weil DMZ so abgeschottet ist, ne? Und, äh, wenn du zum Beispiel einen Battle Pass hast und eine DMZ-Runde spielst, levelst du auch nicht den Battle Pass. Also, die Leute, die so 50-50 noch überlegt haben, zocken doch eine DMZ-Runde nebenbei, ne? Selbst die kriegen keinen Benefit mehr dafür und das ist sozusagen wieder Todesstoß gewesen. Also, wirklich nur, die wirklich, wirklich Bock haben auf die DMZ noch und in dem Zustand noch weiterspielen wollen. Die spielen das noch, haben aber auch keine neuen Waffen, keinen neuen Movement, nichts. Das ist das eine. Und dann kam noch der Abschiedsbrief von Infinity Ward selbst, die haben auch noch einen, äh, Post rausgehauen und haben sich tatsächlich bedankt. Was auch nochmal zeigt, dass auch die Hoffnung, dass die DMZ vielleicht doch noch integriert wird in MB3, eigentlich nicht da ist. Infinity Ward sagt in diesem Post dann, vielen Dank für, dass ihr das Spiel gespielt habt, dass wir eine Community aufbauen konnten, äh, wir nehmen sehr viel mit, äh, sehr viel Erfahrung und, ähm, wir werden dieses Wissen, was wir jetzt gesammelt haben, diese Erfahrung in zukünftige Projekte wieder reinstecken, so haben sie's formuliert. Und deswegen ist so ein bisschen die Vermutung, dass vielleicht wieder eine Art DMZ kommen könnte in ein paar Jahren, wenn Infinity Ward an der Reihe ist. Aber dass jetzt noch irgendwas passiert mit der DMZ, die Wahrscheinlichkeit ist fast gleich null eigentlich, ist vorbei. Ja, das ist schon echt für DMZ-Spieler eine sehr, sehr miese Nachricht, ne? Miese Brise sozusagen, auf jeden Fall. Und wenn du dann noch bedenkst, dass viele DMZ-Spieler oder einige noch in die MWZ gegangen sind jetzt, ne? Ähm, hab ich das Gefühl vielleicht, dass das ein bisschen unterschätzt wird? Oder, gut, Activision hat ja die Zahlen, ne? Aber das sind so viele Spieler, die nur wegen DMZ ins Spiel gekommen sind. Und die muss man jetzt auch, wie du sagst, mit solchen langfristigen Missionen auch halten, wenn sie die MWZ spielen sollten überhaupt noch, ne? Und ich, das ist super wichtig. Und da bin ich, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht, ja. Ach ja, die arme DMZ, sehr, sehr traurig. Ich hätte gerne die Champagnerflasche aufgemacht, wenn sie die DMZ auch noch weitergemacht hätten. Oh Mann, das ist, ja, für dich natürlich super, super schade. Ähm, ich hab's mir irgendwie schon gedacht, weil sie halt MWZ rausbringen und sie merken, klar, damit können sie halt MW3 nochmal mehr verkaufen. Es geht halt leider in der Branche nur um das Geld und das ist natürlich sehr, sehr schade. Der Modus hat halt zwar passiv Geld reingebracht, aber halt aktiv durch den Verkauf, weil es ja nicht, weil es ja noch gratis war, weil es eine Beta war, natürlich kein Geld gebracht. Aber wie du schon vorher gesagt hast, wenn, ähm, wenn natürlich wieder Infinity Ward nach dem Treyarch-COD in COD rausbringt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie DMZ als Third-Game-Mode reinbringen, da sie damit natürlich wieder eine riesen Fadenbass, äh, sich holen können und damit nochmal den, den Verkauf von dem Spiel nochmal weiter vorantreiben. Und ich glaube, das Entwickeln des Spielmodis, ähm, parallel zu Warzone geschieht ja eigentlich, ne, parallel. Und dadurch werden sie mit Sicherheit wieder so, ähm, fortfahren, dass sie halt ihren Main-Fokus natürlich auf Warzone haben, aber diese Warzone-Map halt für andere Spielmodi benutzen, für den Paid-Content wie jetzt MWZ und vielleicht in Zukunft dann nochmal DMZ und, ähm, ich glaube, dadurch oder deswegen haben sie jetzt DMZ runtergefahren und entwickeln jetzt vielleicht schon an dem nächsten DMZ, oder an DMZ 2, beziehungsweise an DMZ den Full-Release, weil es war ja immer nur eine Beta. Ja, ja, genau. DMZ 2 oder Full-Release, ja. Eins von beiden. Und es ist ja auch sehr viel angekündigt worden jetzt für 2024. Am Wochenende waren die Game Awards, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Viele neue Spiele-Nominierungen und Vorstellungen. Auf jeden Fall sind da locker mindestens zwei X-Faction-Shooter wieder vorgestellt worden für 2024. Und wieder. Plus die drei, äh, großen von AAA-Entwicklern, PUBG und Co. Ähm, 2024 wird ein großes Jahr für X-Faction-Loot-Shooter und das ist genau das Jahr, wo sie die DMZ rausnehmen. Aber, ähm, ja, ich glaube auch, also, das ist so ein großes Thema. Ich bin ziemlich sicher, dass da noch was, dass wir da noch was sehen werden. Aber es wird dauern, ja. Ja, vor allem, ich würde auch nicht behaupten, dass, ähm, also, ich würde sagen, DMZ hat eigentlich abgeliefert dafür, dass es so ein Nebenmodus war, wenn ich bedenke, wie viel, ähm, ja, Aufmerksamkeit das Ganze auf YouTube so hatte. Und es wurde zwar nicht so häufig von den größeren Creatoren, ähm, betitelt, also, so, man hat ganz viel gespielt. Was gar nicht, ja. Aber wenn ich so, so die Aufrufzahlen so bei mir, bei dir oder halt auch im internationalen Bereich angucke, es gab ja richtig große DMZ-Streamer und ich, so, die, die Fanbase ist schon sehr groß. Vielleicht nicht so groß wie zum Beispiel vom Zombie-Modus. Aber es ist schon eine ordentliche Fanbase, wenn nicht sogar größer als der Multiplayer, weil wenn der Multiplayer, der ist ja wirklich nur noch durch, durch Warzone an sich so, so populär. Und, äh, DMZ hat halt auch lange performt, ne? Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die da noch mal was bringen. Ja, ich hab so einen Beitrag gelesen, da hat jemand versucht herauszufinden, wie viele Spieler, äh, die, äh, so viele Spieler in den Modi drin waren. Und der hat dann einen Trick genommen, der hat dann die Reddit-Posts benutzt und die analysiert. Wie viele Reddit-Posts wurden 2023 dann von, ähm, gingen über Zombies, wie viel über Battle Royale und wie viel über DMZ. Und da war halt Battle Royale ganz gleich Nummer eins, gefolgt vom Multiplayer. und dann kamen Zombies und dann kam lange Zeit gar nichts und dann kam DMZ. Ähm, ja gut, ist natürlich jetzt rein spekulativ, ne, ob man daraus jetzt was ableiten kann. Aber es zeigt so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also die Zahlen müssen am Ende des Tages nicht so gut gewesen sein. Wie du sagst, entweder finanziell, aber ich vermute auch bei den Spielerzahlen, es war einfach zu wenig. Aber wenn man das, das Problem ist halt, DMZ ist halt noch relativ frisch, äh, das Ganze, man musste sich erstmal dran gewöhnen. Und ich finde, der Modus wurde auch über die Zeit erst richtig gut und richtig populär. Äh, am Anfang war das ja immer nur so, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist echt so. Die Leute wurden ja gezwungen, das zu spielen am Anfang, ne? Ja, ja, stimmt. Bei, bei dem Reveal-Event oder, äh, damals bei MB2, ne? Ja. Aber mit der Zeit hat man ja, irgendwann hast du ja keinen Multiplayer mehr gespielt, weil der Multiplayer dich einfach nur noch genervt hat durch Skill-Based Matchmaking. Und, äh, jetzt, äh, dann hatte ich halt irgendwann nur noch DMZ gespielt und das hat mir viel mehr Spaß gemacht. Ich ging, ich glaub, es ging vielen so, äh, ich hab auch in meiner Community gemerkt, wie die Leute erst nach und nach, äh, Liebe für diesen Modus entwickelt haben. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass, wenn dieser Modus dann wieder angekündigt wird, dass er auf einmal wieder dann, äh, ja, direkt einen kleinen Hype erfährt. Und, ähm, dass da einige Leute sind, die da ihren Spaß finden. Ja. Und dass, dass der Modus trotzdem abgeliefert hat, ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es komplett, äh, nicht, naja, die Zahlen, die müssen okay gewesen sein. Sonst hätte ja nicht so viel Content noch nachträglich gebracht. Äh, nur, es hat halt nicht so viel Geld gebracht, glaub ich. Das ist der Punkt. Die Spielerzahlen waren da, aber der, das hat nicht so viel Geld gebracht, weil es halt ja, äh, neben Warzone, klar, Bundle-Verkäufe, klar, sehr, sehr gut. Aber, ähm, ich glaube, da kommt was auf uns zu in Zukunft. Aber es dauert halt jetzt noch. Ihr müsst jetzt, die DMZ-Spieler müssen jetzt so lange warten wie die Zombiespieler auf, auf guten Zombie-Content seit Cold War. Ach so, so, ja, ja, ja. Seit Cold War, dann kam Vanguard, Vanguard war ja nix und dann MV2 war ja auch nix und jetzt haben wir endlich einen Modus bekommen. Klar sind nicht alle happy, aber ich find dieser Modus, da haben sie so viel richtig gemacht und halt jetzt BO6 kommt dann noch raus. Also, die Zukunft von COD sieht auf jeden Fall sehr, sehr rosig aus, find ich. Es sieht wirklich rosig aus, ja, ich bin auf das nächste Jahr gespannt und, äh, ja, aber ich glaube, ja, da wird jetzt wirklich viel kommen. Und ich glaube, ich glaube, wir haben die schlimmste Zeit hinter uns mit MV2, wo wirklich katastrophisch schlechter, das ist der Tiefpunkt, ne? Das war wirklich, also, ne, der Tiefpunkt war Vanguard, dann war MV2 so die Hoffnung, die aber irgendwie, ja, aber die halt irgendwie, die hat mich, ja, bei mir war wirklich, gäbe es den DMZ-Modus nicht, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas an Content machen hätte können. So, ich war so wirklich, ich war einfach, ich hab auch gar nicht mehr gestreamt und so, ne? Und dann kam halt jetzt MVZ und jetzt bin ich irgendwie von, von jemandem, der eigentlich gar keine Lust mehr so hatte auf das ganze COD und jetzt wieder voll der Suchti geworden, ne? Also, das ist richtig geil. Super geil. Ich enjoy es extrem, ne? Apropos, keine Lust hatte, kann ich mal ganz kurz erzählen. Äh, ich hab jetzt auch im Battle Royale reingeschaut. Ähm, ich hab mir so gesagt, okay, wenn der MVZ-Content vielleicht, äh, jetzt nicht ausreichen sollte, ne? Ich konnte mir schon immer vorstellen, äh, Solo-BR mal ausprobieren, Just for Fun, ne? Äh, so Rank-Matches und so weiter. Und, äh, da hab ich jetzt tatsächlich, ähm, Freitag eine Einladung bekommen, äh, auf, ähm, OZX dran zu gehen. Also auf die Map. Mhm. Auf die Neue. Und zwar war das eine private Lobby, wir waren da irgendwie vier, fünf Leute, ich durfte das auch live zeigen, ne? Und dann war es wirklich so, dass sonst niemand da war. Wir waren dann zu dritt, zu viert und es war so ein Deal, man darf sich halt nicht gegenseitig verletzen. Und jeder kann sich halt alles angucken, das für Videoaufnahmen nutzen, Fotos machen oder einfach die Welt erkunden, um irgendwelche Dinge zu sehen, die man sehen wollte, aber im Stress vielleicht nicht sehen kann, weißt du, in so einer Runde. Und dadurch, dass ich vorher kein BR gezockt hatte, noch nicht, wegen MBZ, war das das erste Mal für mich, dass ich die Map ohne, äh, Zombies gesehen habe. In ihrer farbigen Pracht, weißt du, mit Sonne und bunt. Ist da ein Unterschied? Ja, das sieht komplett anders aus. Boah, ich muss, echt, ich muss, vielleicht werde ich das, also ich hatte mir eigentlich gesagt so, nee, ich spiele das nicht, vielleicht spiele ich das irgendwann auch mal. Aber ich muss mir eigentlich mal angucken. Ich guck's mir mal an. Der Zug fährt ja jetzt im Kreis, du kannst die Richtung ändern. Also, es sind viele Sachen, äh, mit drin. Du erkennst alles wieder, aber es ist trotzdem irgendwo wie eine komplett neue Map, alles sieht anders aus. Okay, das ist ja echt verrückt. Ja. Stimmt, auf unserer Zombie-Map, das ist jetzt die Warzone-Map, das ist auch so weird. Für Battle Royale-Fielder ganz cool, weil die kennen dann zumindest die Map, äh, hin- und auswendig, ne? Äh, ja, wenn sie, das stimmt, stimmt. Und dann? Ich hab dann ja auch, ich hab's ja auch, äh, einfacher dann, ne? Wenn man die Mechaniken, das Looten und so, das kennt man ja jetzt, äh, eigentlich würd ich mich da, glaub ich, relativ schnell wohlfühlen, ne? Und, äh, das Movement kennst du auch. Also, alles, was du brauchst eigentlich, ne? Stimmt. Und dann haben wir noch jetzt, äh, ja, auf jeden Fall, weil du bist auch herzlich eingeladen, äh, wir haben jetzt freitags ein Turnier machen können, um 22 Uhr war das. Und da konnten wir auch gewinnen, auch wenig Leute, das waren 50 Leute oder so. Und, äh, ja, halt als Community und alles mögliche, ne? Ja, aber halt offiziell. Und der Sieger hat dann halt so eineinhalbtausend Kottpunkte bekommen. Und die haben das halt einfach mal so getestet, wie das denn so ist, ob das funktioniert oder nicht. Und es wurde ganz gut angenommen. Und deswegen soll das jetzt, äh, regelmäßig passieren. Also, wer Lust hat, das findet jetzt eventuell sogar jeden Freitagabend statt. Von COD-Seite aus, dass man einfach mal, so, aber es ist ein Solo, ne? Also, Solo-BR, äh, spielt dann und der erste Platz gewinnt dann halt was. Okay, cool, cool. Ja. Ganz anderes, äh, Metier, aber gerade vielleicht ... Aber gehört ja auch zu COD. Viele Leute interessiert es ja, äh, Warzone auch. Logisch, Hauptteil sogar teilweise, ne? Ist es ja eigentlich, ne? Aber wir wollen halt eher über das anreden, aber natürlich reden wir dann auch ab und zu mal über Warzone, weil Warzone betrifft uns ja dann auch, äh, im Zombie-Modus oder, oder im zukünftigen DMZ-Modus, ne? Wie sich die Map verändert, wie sich die Meta verändert und so. Das hat ja alles Auswirkungen auch auf das, äh, auf alle Spielmodi, ne? Klar. Ja, und die Meta, ne? Wieder ganz andere Meta als im MWZ, logisch, ne? Naja, musst wieder komplett reinfuchsen. Aber mal gucken. War schön auf jeden Fall. Ja. Das klingt doch gut. Ja, Meister, ich würd sagen, das war auf jeden Fall ne sehr, sehr interessante Woche mit Season 1. Äh, für mich auf jeden Fall, ich hab alles durch, ich bin komplett fertig. Ich, äh, bin mal gespannt, ob ich nach einer Woche jetzt, äh, überhaupt noch was zu tun hab dann, außer halt dem Borealis-Grind. Ja, ja. So, jetzt hast du mir echt zum Unterdenken angeregt, weil, ja, stimmt, was mach ich jetzt außer halt Tarnung rein? Ach, glaub mir. Ja, du, also ich sag mal so, du als Content-Creator hast zwar den, den Content vom Spiel durch, aber ich bin mir sicher, bin mir sicher, wenn du jetzt, äh, jetzt kein BR machst, sondern nur MWZ, dass du selbst in MWZ noch genug Sachen findest, was ich, äh, töte den Boss mit, äh, in einem Messer, ja? Oder mit zwei Pistolen, oder? Ja, ich komm auch gar nicht hinterher mit dem Content. Es gibt noch so viele Sachen, die man machen kann, das stimmt. Also, eigentlich, ähm, brauch ich mir keine Sorgen machen gerade. Nur der Content selber ist halt wirklich beendet, ne? Jetzt muss man sich einen eigenen Content machen, sozusagen. Ja. Aber da gibt's auch genug. Ja, auf jeden Fall cool. Ich glaube, ähm, wir haben soweit alles durch. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, mal abwarten, wie's jetzt weitergeht, ne? Mit, äh, mit Season 1 dann, aber das ist ja noch lange, lange hin. Das kommt noch, das kommt noch. Ich werd noch auf jeden Fall die neuen Sachen, neuen Waffen und so, es gibt ja noch neuen Content, muss ich auf jeden Fall mal testen. Vielleicht teste ich das erste Mal in den Multiplayer und dann werd ich mal berichten, äh, wie's da ist, aber ich würd sagen, Leute, das war doch mal, nochmal ein, äh, guter Talk. Die Zeit vergeht hier immer so schnell. Boah, wir sind schon lange dabei. Wir wollen das natürlich auch nicht zu, zu lange machen, ne? Aber wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde hier gequatscht, es ist wunderbar, sehr, sehr geil. Lasst auf jeden Fall gerne immer Feedback da. Wir müssen noch mal ein paar Kategorien einführen, wenn ihr da ein paar Ideen habt. Aber ich glaub, die, die Folgen werden dann so oder so schon lang, ne? Tendenz steigend. Weil so viel Content immer kommt, ja, Tendenz steigend. Wobei ich jetzt auf die nächsten Wochen gespannt bin, wie gesagt, ne? Wir waren gespannt, wie das auch bei uns dann, ob sich, wie das sich auf uns auswirkt, in einem Talk, weißt du? Ja, ja. Ja, wenn man, guck mal, wenn man bedenkt bei MW2 nochmal kurz, äh, Rückblick, äh, wie, 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 wie grausam damals die erste Season war, wie wenig Content war, ne? Ne, wenn du dich da zurückerinnerst. Und jetzt haben wir eigentlich eine krass große Season mit Content und allem und drum und dran. Aber mal gucken, wie das weiterhin über die Seasons dann läuft, ne? Spannend. Aber, das werden wir sehen, das werden wir sehen. Wir werden drüber sprechen, deswegen gerne hier, äh, den, unsere Channel abonnieren, um die Folgen nicht zu verpassen oder halt natürlich auf Spotify oder auf allen Plattformen, wo wir auch sonst noch vertreten sind, gerne reinfolgen. Das folgt uns auf jeden Fall und lasst gerne Feedback da. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich würde sagen, ich überlasse dem guten Erik das letzte Wort. Ja, ich hab nur zu sagen, unten die, äh, Links, wie immer, findet ihr. Ansonsten, ich bin auch raus. Ich sage asso lego und asso la vista. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao. Haut rein!